Guten Abend, es ist Freitag spätabends und es gibt diesmal nicht drei neue Episoden, a 15 Level wie sonst, sondern vier. Das heißt, wir haben 60 Level vor uns an diesem Wochenende und ich gehe mal gleich mit den ersten 15 voran, ab 12.791. Hier hilft ja alles nichts. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, wenn ihr mal unten guckt, man sieht die Anzahl jetzt überhaupt nicht bei den Lutscherhammern und so. Ich will mal hoffen, dass es die trotzdem gibt. Alles ein bisschen komisch. Oh, wir gucken, was passiert. Nichts passiert. Ich will mal hoffen, dass es die Anzahl nicht bei den Lutscherhammern ist. Okay, ich ziehe das Menno zurück. Okay, ich ziehe das. Mal eben gucken. Er weiß, ob er es gut ist. Jo, dann weiter. Das mit der Anzeige da unten ist schon ein bisschen blöd. Hm. Hmm. Juicy. Tasty. Solar Flash. Solar Flash. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein schöner Level, da kann man richtig holzen. Das gefällt mir. So delicious, juicy, tasty, juicy. So delicious. So delicious. So delicious. Divine. Divine. So delicious. So delicious. So delicious. Okay, also offensichtlich habe ich die Booster noch. Man sieht nur die Anzahl nicht. Ist ja schon mal gut zu wissen, ne? Das ist ja schon mal. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Hmm ZDF für funk, 2017 Ui Okay Hmm Tasty Hm Naaa Mist Okay, das geht auch Das sieht doch nicht schlecht aus Na, geht auch Divine Silver Crush Tasty 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay. Tasty. 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 also bis jetzt war das alles kindergeburtstag. da kommt bestimmt noch ein ganz dickes ende haben wir das auch geschafft bringt zwar nicht viel aber so ist das es und es 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 Hmm, hm. Na, sehr gut. Na, sehr gut. Na, sehr gut. Ja, die sind aber auch echt nett bis jetzt, ne? Die liegen meistens zusammen, bis auf ein Level, glaube ich. Wie gesagt, das dicke Ende kommt bestimmt noch. Okay. 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 Hm, hm, hm. Hm. Okay. Wie soll ich die beiden zusammen kriegen? Gar nicht. Ah. Bisschen spät. Ach, ich mach's mit Werbung. Es ist so verlockend jetzt. Ah, perfekt. Perfekt. Sehr schön. Gutes Finale. So. Okay. Bistchen zum Teil. So. Okay. Jetzt haben wir Hunger zum Teil. Dann gibt's die Karte. So, ich bin jetzt einfach. 7 level auch schon nicht mehr 7 level auch schon nicht mehr was will ich eigentlich wo kommen denn die dinge raus ach ja okay das sieht doch wieder gut aus so Die Diagonal auch. Das wäre mir neu. Tja, da gibt es ja nichts anderes mehr. Hm. Oh. cool so 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 die sind sehr aktiv aber irgendwie nicht sinnvoll naja sauber super start jetzt gucken wir mal so 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 jo so ich glaube diesmal diesmal wird das so nicht reichen das gibt so nix ne das ist mir zu heikel da ist noch zu viel übrig so 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 aber jetzt so 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 das ist es mir wert so 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 und dann nur zweiter so ei 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 krass so hm jo so ach gottchen ärgerlich tja tja so 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 Jusy. Hm. Hm. Ach, wir wollen gucken. So, dann gucken wir mal. Jo, okay, das war die erste von vier neuen Episoden. Wir werden also im Laufe des Wochenendes noch drei Videos mit den nächsten Episoden kommen. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Ja, das wird schwierig. Oh, könnte doch noch was werden. Mal gucken. Okay, also das war die erste neue Episode und die anderen kommen dann morgen am Samstag. Macht's gut. Bis denn. Ciao. 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 Ciao.